Fünf, Hände gehen beide hoch, sechs, sieben, und auf sechs, sieben, sechs, sieben, meine Hände sind richtig, wir sind übervoll. Und jetzt die Linke auf die rechte Schulter. Und jetzt die Linke auf die rechte Schulter. Und jetzt die Linke auf die rechte Schulter. Und ich hoffe, dass ihr meine Hände kommt, haltet in Kontakt und zeigt mir gut, ey, ich will das. Und zwar früh am Ende. Dann kann ich nicht mehr ablaufen. Und dann haben wir uns hier. Rechtsrum, linksrum, rechtsrum. Wo können wir unterrutschen? Jo? Jo. Vielen Dank. Vielen Dank.